Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bitcoin Update Video. Bitcoin momentan bei 42.900 US-Dollar. Es tut sich derzeit einfach sehr, sehr wenig. Wir haben es wieder nicht geschafft. Wir sind in unsere 4-Stunden-Supply-Zone, in unsere 1-Stunden-Supply-Zone gekommen. Plus wieder perfekt auf den Dollar genau hier an den Pivot gekommen und wurden zurückgewiesen. Richtiger Abverkauf ist derzeit noch ausgeblieben, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Ob ich jetzt bereits Short bin oder wie wir jetzt hier weitermachen, das werde ich euch auf jeden Fall in dem heutigen Update Video noch mal ein bisschen genauer darstellen. Außerdem werden wir einen wichtigen Blick auf Ethereum werfen. Auch hier könnte es sich jetzt langsam aber sicher doch noch unsere Short-Möglichkeit ergeben. Und natürlich auf den Euro, US-Dollar, auf Forex-Märkte und auch mal ganz kurz einen Blick auf die Stock-Märkte. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Ganze traden wollt, kann ich euch nur meinen Partner BingX empfehlen. Dort haben wir noch eine neue Seite mittlerweile mit der kleinen Bonusübersicht. Wenn ihr 50 US-Dollar einzahlt, kriegt ihr auch 50 US-Dollar die Trading-Bonus. Und noch ein paar andere Bonisse. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 42.900 US-Dollar, also genauso wie die letzten Tage. Eigentlich, es tut sich wirklich wenig. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass vor allem hier oben dieser Bereich in dieser 1-Stunden-Supply-Zone zwischen, ich sage jetzt mal, 43.600, 43.700 bis 43.200 US-Dollar, das ist die große Supply-Zone. Auf dem 1-Stunden-Timeframe, auf dem 4-Stunden-Timeframe ist es im Endeffekt nur der WIG, den wir hier jetzt komplett gefüllt haben. Ansonsten ist natürlich unser Pivot hier unser Hauptwiderstand. Und dieser wurde gestern wieder erneut angetestet. Das Volumen geht weiterhin deutlich, deutlich zurück. Also die Liquidität kommt hier raus. Aber man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, mittlerweile endet das Ganze nicht mehr in einem Symmetrical Triangle. Darüber haben wir ja gestern gesprochen. Sondern eher in einem Ascending Triangle. Dass wir hier einen horizontalen Widerstand nach oben hin haben, der passt momentan deutlich, deutlich besser. Das heißt, Short-Möglichkeit ist weiterhin hier in diesem Bereich. Ihr seht hier weiterhin so ein bisschen das Short-Setup. Ansonsten weiß ich nicht, ja, tue ich mir ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen schwer in dieser Phase. Weil umso länger wir hier eben konsolidieren in diesem Ascending Triangle, wir haben ja schon mal über das Preisziel gesprochen. Wenn wir das Ganze hier ein bisschen pessimistischer angehen, würde dieses Preisziel perfekt genau bis hier oben eben ausreichen. Dass wir hier nochmal die 45.000 US-Dollar sehen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Funding-Fees an. Die sind weiterhin komplett neutral. Weiterhin eher so zwischen dem Bereich von 0,01 und 0,000. Also weiterhin alles 50-50 ausgeglichen. Weder Long, weder Short ist momentan in der Überhand. Eher sogar ein bisschen eher die Shorter. Weil die Fundings eben minimal niedriger sind als die Standard-Fundings. Also, wie gesagt, das sind so weiterhin immer noch so die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Ich würde ganz ehrlich jetzt nochmal diesen Tag abwarten, weil wir im Endeffekt jetzt auch erst einmal uns noch die Stockmärkte dann angucken, wie es da weitergeht. Und die könnten uns dann momentan noch ein bisschen die Richtung vorgeben. Ansonsten bin ich hier ganz ehrlich weiterhin eher shortlastig eingestellt, dass wir erst nach unten hingehen, beziehungsweise übergeordnet nach unten hingehen. Und dann die ganze Liquidität nach unten hin abstauben. Ich glaube, irgendjemand hat es gestern auch in der Telegram-Grube mal ganz kurz gepostet, mit wie viel Liquidität da unten liegt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das jetzt so auf die schnelle Fint hätte ich vielleicht vorher mal raussuchen müssen. Ist jetzt auf jeden Fall nicht so wichtig. Auf jeden Fall liegt die meiste Liquidität bis 35.000 US-Dollar nach unten hin. Und das ist ja auch, da haben wir ja gestern drüber gesprochen, dass das übergeordnet immer noch das Ziel ist, dass wir hier auf jeden Fall mal diese Box hier unten nochmal anlaufen sollten. Übergeordnet, nicht jetzt heute oder morgen, sondern längerfristig, mittelfristig, bevor wir dann möglicherweise in einen potenziellen Bullrun rein starten sollten. Ansonsten gibt es hier, wie gesagt, kaum was zu sagen, Ineffizienz weiterhin hier oben. Das wäre dann die zweite Short-Order, die dann hier oben liegt bei 45.000 bzw. 45.100 bis ungefähr 45.600. Das sind die zwei Zonen, auf die es ankommt. Wer Short gehen möchte, kann es machen. Mit einem Stop-Loss würde ich entweder hier bei 43.870 machen, also vor diesem Hoch und dann möglicherweise die zweite Short-Order erst hier oben. Also ich würde auf jeden Fall hier einen Stop-Loss reinsetzen, würde nicht alles riskieren, sondern dann die zweite Order hier oben rein machen. Mehr Möglichkeiten sehe ich momentan nicht, weder Short noch Long irgendwie dann zusätzlich zu gehen. Also Short hier in diesem Bereich bleibt weiterhin bestehen, wer den nehmen möchte. Ansonsten gehen wir mal rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Hier kommen wir jetzt doch langsam aber sicher unseren Short-Entschulden nämlich langsam näher. Wir haben ja die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, okay, für mich weiterhin eher dieser Bereich hier oben um 2415 bis knapp 2446. Das ist der Short-Bereich, den ich gerne haben möchte. Und so langsam nähern wir uns doch an. Ethereum scheint doch ein bisschen mehr Bitcoin outperformen zu können, was den Markt angeht, auch wenn die Liquidität oder besser gesagt das Handelsvolumen derzeit weiterhin auch sehr gering ist. Aber wir haben immer wieder diese Ausschläge nach oben. Jetzt haben wir hier so eine Art Doppeltop gebildet. Ich hoffe nicht, dass es das jetzt schon war, sondern ich hoffe auch, dass wir bei Bitcoin, wie gesagt, nochmal so einen kleinen Auftritt hier im Laufe des Tages kriegen. Und dann eben auch bei Ethereum ebenfalls nochmal diesen letzten Schwung nach oben hin. Und dann uns hier auch möglicherweise eben diese Bearish Divergence bilden, weil danach sieht es momentan sehr, sehr gut aus. Wir haben einen sehr, sehr hohen RSI-Peak hier gehabt in diesem Bereich bei ungefähr knapp 80. Das heißt, sollten die Kurse jetzt langsam im Laufe des Tages nochmal ansteigen und dann hier wirklich Richtung 2415 US-Dollar gehen, ist eine Bearish Divergence hier auf jeden Fall möglich. Dann hätten wir unsere Ineffizienz gefüllt, über die wir schon länger sprechen. Und dann könnte dieser Fahrplan, den wir hier schon ein bisschen länger derzeit haben, dann auch wirklich erst einmal in Kraft treten und wir könnten hier eine schöne Short-Position eingehen. Und da würde ich sogar sagen, okay, 50% Short-Position Bitcoin, 50% Short-Position bei Ethereum. Das heißt, dass wir ungefähr die gleiche Größe, die momentan in der Long-Position ist, dann auch als Short-Position offen haben. Das heißt, wir hätten dann zwei Short-Positionen offen, die dann hier gut laufen könnten. Also vielleicht kriegen wir hier auch noch unser kleines Happy End. Stop-Loss, habe ich ja schon dazu gesagt, würde dann bei 2500 US-Dollar liegen. Eventuell wird es dann zwei Orders geben, dass wir hier vielleicht das Risk nochmal so auf 2, 2,5% runterkriegen. Aber das überlege ich mir derzeit noch. Auf jeden Fall, Bearish Divergence ist bei Ziel Nummer 1 im Laufe des Tages. Sollte das so kommen, dann auf jeden Fall erster Tag profitiere bei ungefähr 2320 rum, beziehungsweise 2310 rum. Aber wie gesagt, das kommt dann noch in die Telegram-Gruppe. Da werde ich euch dann auf jeden Fall nochmal auf den Laufenden halten. Momentan sieht es aber gut aus, dass es hier wirklich dazu kommen könnte. Jetzt haben wir schon Mittwoch. Also so langsam, wenn wir Richtung Donnerstag gehen, könnte immer mal so ein Turnaround kommen. Vor allem Ethereum hat ja diese Woche deutlich, deutlich besser performt als Bitcoin. So, dann kurz rüber zu den Forex-Märkten. Wie läuft es da? Also auch hier läuft unser Euro-US-Dollar-Long weiterhin sehr, sehr gut. Gestern nochmal, nachdem ich gesagt habe, okay, ich bin hinterher gesprungen, sind wir nochmal runtergegangen, haben einen doppelten Boden mit einer Bullish Divergence gebildet. Aber es ist völlig wurscht, die Position läuft. Ersten Tag profit hier oben bei 1,078 Euro. Würde ich auf jeden Fall nehmen, weil wir hier oben eine schöne Supply Zone haben, die ich euch, wenn ich gerade, ah, hier unten ist die Box, so, die ich dann hier nehmen würde. Also hier wäre erster Tag profit momentan zumindest. Und dann den zweiten wahrscheinlich dann hier oben bei 1,08 Euro, beziehungsweise den dritten dann hier bei 1,086 Euro. Auf jeden Fall, der Trade läuft. Gold brauchen wir uns nicht lange wirklich angucken. Da tut sich überhaupt nichts, also weiterhin Seitwärtsphase und die Stockmärkte. Ja, kommen wir jetzt auch langsam in den interessanten Bereich, nachdem wir hier gestern wieder uns langsam diesen Pivot nähern und auch beim Nasdaq weiterhin diese Seitwärtsphase sehen, wobei ich beim Nasdaq immer noch darauf hoffe, dass wir hier diesen R1 sehen, nachdem wir den letzten Monat hier auch angetestet haben. Also auch hier sollte es dann heute oder spätestens dann morgen langsam mal zu einer Entscheidung kommen. Ansonsten lassen wir den Short hier wieder beiseite liegen, weil ich möchte hier kein Risiko eingehen, um das Ganze noch zu vervollständigen. DAX mit einem neuen All-Time-High. Hier würde ich sowieso nicht shorten. Da hatten wir ja schon mal länger darüber gesprochen, dass vor allem diese Box hier oben um 17.100 bis knapp 17.200 Punkte die nächste Hürde sein sollte. Also diesen Bereich hier oben, den können wir mal ein bisschen im Blick behalten für eine potenzielle Short-Order. Aber wie gesagt, das wird sich dann erst heute oder morgen entscheiden. Ansonsten sind wir, denke ich, erst einmal zumindest gut aufgestellt. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Und wie gesagt, checkt meinen Partner BingX ab. Und ansonsten, ja, hören wir uns vielleicht später nochmal. Ansonsten, schönen Tag und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypt.